Mein Name ist Thorsten Wiesel und ich bin hier im Institut für wertbasiertes Marketing an der Uni Münster tätig. Das Modul internationales Marketing liegt mir sehr am Herzen, weil ich selber auch sechs Jahre im Ausland gelebt habe und deswegen sehr international unterwegs bin. Die Teilnahme an dem Modul bringt sich auf der einen Seite inhaltlich weiter, aber auch persönlich, weil wir ins Ausland fahren und da eine andere Kultur und eine andere Art des Unternehmerischen kennenlernen. In einer normalen Vorlesung machen wir die Inhalte gestreckt über mehrere Wochen. Hier ganz komprimiert innerhalb einer Woche erarbeiten wir die Inhalte gemeinsam. Weiter mit Spaß! Bis zum nächsten Mal!